In diesem Video möchten wir uns mit euch zusammen das Smartphone-Linsen-Set von Savim anschauen und anschließend die einzelnen Linsen testen, um euch den Vorher-Nachher-Effekt zu zeigen. Kleiner Spoiler, es sind Katzen zu sehen, also bleibt dran. Das Set enthält ein Teleobjektiv, eine Weitwinkel, eine Mako und eine Fischei-Linse. Zuerst packen wir das Set aus und sehen uns den gesamten Lieferumfang an. Wir haben uns das Produkt übrigens selbst gekauft. Die Linsen kommen in einer schwarzen Box mit Reißverschluss, die erstaunlich stabil ist. Sie hat ein gutes Format, um die Linsen auf Reißen oder einfach nach draußen mitzunehmen. Wie ihr seht, sind einige Zubehörer dabei, man kann also wirklich von einem Set sprechen. Fangen wir mal an mit dem Dreibeinstativ, welches mitgeliefert wurde. Das ist ca. 10-15 cm hoch und man kann damit mit Hilfe einer Handyhalterung das Smartphone befestigen, um ruhigere Aufnahmen zu machen. Durch den Kugelkopf kann man eben das Smartphone in verschiedenste Positionen ausrichten, um dann Aufnahmen zu machen. Die Handyhalterung an sich hat einen Schraubaufsatz in der Mitte und an der Seite, das heißt man kann zwischen Quer- und Hochformat wählen. Diese schraubt man einfach an das Stativ an und klemmt dann anschließend sein Smartphone rein. Außerdem hat die Handyhalterung eine Klemmfunktion, daher kann man alle gängigen Smartphones befestigen. Außerdem ist eine weitere Tasche dabei, in die man zum Beispiel einzelne Linsen rein tun kann, damit man nicht immer das ganze Set mitnehmen muss und keine Linsen verliert. Ein cooles Extra ist auch das Putztuch, da man beim An- oder Abschrauben schnell mal die Linse mit den Fingern berührt und damit schmutzig macht. Die Anleitung zum Anbringen ist auf Deutsch und auf Englisch und es wird gezeigt, wie man die Klemme gut an das Smartphone anbringt und die Linsen dranschrauben kann. Als nächstes ist noch eine Augenmuschel dabei, da man das Teleobjektiv auch als eine Art Fernglas ohne das Smartphone nutzen kann. Auch hier schraubt man das Objektiv einfach an die Augenmuschel dran. Als erstes schauen wir uns das Teleobjektiv an, welches einen 22-fachen Zoom besitzt. Damit kann man weit entfernte Motive sehr nah ran holen. Es ist vorne und hinten mit einer Abdeckung befestigt, um die Gläser zu schützen und an der Seite gibt es ein Rad, mit dem man die Schärfe einstellen kann. Auch an den anderen drei Linsen sind Abdeckungen vorne und hinten angebracht, so dass das Linsenglas nicht beschädigt wird. Zu guter Letzt haben wir noch die Klemme, mit der man die Linsen am Smartphone befestigt. Die zusätzliche Schraube kann man drehen, um die Klemme am Smartphone noch fester zu machen. An diesem verschiebbaren Ring schraubt man die Linsen anschließend an und platziert diese direkt über der Handykamera. Die Abdeckung der Linsen kann man ganz einfach abziehen. Hier sollte man aber ein wenig vorsichtig sein, da es manchmal relativ schwer ist und die Linse aus der Hand fallen kann. Auf jeder Linse steht nochmal die Beschreibung mit dem Namen drauf, damit man sie untereinander unterscheiden kann. Hier zum Beispiel haben wir die Makrolinse mit einem 25-fachen Zoom für schärfere Aufnahmen aus sehr kurzer Distanz. Als nächstes sehen wir uns die Weitwinkellinse an, die sich super für Gruppenfotos oder andere Motive ereignet, also überall da, wo man möglichst viel Fläche auf ein Bild bekommen will. Das dritte ist das Fisheye-Objektiv mit einem 235-Grad-Winkel. Damit kann man coole Effekte erzeugen, die ihr später im Test seht. Das Teleobjektiv habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Dies hat eine Art Fernglas-Effekt. Das heißt, man kann damit einfach sehr nah ran zoomen. Mit dem Rädchen an der Seite kann man außerdem nochmal die Schärfe einstellen, je nachdem wie weit weg das Motiv ist. Wie an die Klemme bringt man auch an die Augenmuschel das Objektiv einfach durchdrehen an und kann es somit direkt ans Auge setzen und ohne Smartphone benutzen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man die Handyhalterung ans Stativ anbringt und das Handy daran befestigt. Wie gesagt, kann man die Handyhalterung einfach dran schrauben und entweder in Hoch- oder Querformat einstellen, durch den Kugelkopf dann noch die genaue Position einstellen und sobald man alles hat, dreht man einfach die Schraube fest, sodass sich das Handy nicht mehr verrutschen lässt. In dieser Position zum Beispiel könnte man das Handy nun im Hochformat einklemmen. Jetzt bringen wir die Klemme an, an die man später die Linsen dran schraubt. Wie gesagt, sollte der Ring direkt über der Kamera sein, da man sonst bei der Aufnahme Ränder sehen würde. Man kann diese entweder von oben oder von der Seite ans Smartphone klemmen und sobald man die gewünschte Position erreicht hat, kann man oben die Schraube nochmal zudrehen, um nichts mehr verrutschen zu lassen. Ist das passiert, nimmt man einfach die gewünschte Linse, wie jetzt hier zum Beispiel das Teleobjektiv, und schraubt es einfach an den Ring dran. Anschließend klemmt man das Handy einfach in die Halterung. So würde es zum Beispiel aussehen, wenn man mit dem Teleobjektiv eine Aufnahme machen will. Durch den Kugelkopf kann man die Position sehr flexibel einstellen. Wenn man alles eingestellt hat, kann man die Kugel festschrauben, damit das Handy nicht mehr verrutscht. Das Stativ sorgt, vor allem beim Teleobjektiv, wo es sehr nah herangesoomt wird, für einen stabilen und ruhigen Stand, damit keine verwackelten Aufnahmen entstehen. Auch bei den anderen Linsen lässt sich das Objektiv genauso wie beim Teleobjektiv einfach dran schrauben. Es gibt also eigentlich keinen Unterschied. Die Anbringung ist relativ einfach, daher kann man schnell zwischen verschiedenen Linsen wechseln. Insgesamt kann man sagen, dass das Set sehr umfangreich ist und das gelieferte Zubehör nützlich ist. Mit den vier Linsen lassen sich abwechslungsreiche Aufnahmen erstellen. Einzig die Abdeckung an den Linsen ist etwas schwer wegzubekommen und man muss aufpassen, dass man die Linsen nicht kaputt macht. Kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil und zwar dem Linsentest. Wir haben hier jede Aufnahme einmal mit und einmal ohne Linsen gemacht, um euch den Vorher-Nachher-Effekt zu zeigen. Viel Spaß! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.